Mit dabei haben wir den Jatzgnom. Guten Abend. Und da kippt sich gerade der Cyborg aus dem Schnee raus. So sah das hier eben aus, wenn du hier mir joinst. Ich nehme das gleichzeitig hier auf als Let's Play, liebe Freunde. Und der Lexi wohnt uns ebenfalls bei. Ein Löcheln. Genau, ist aber fleißig. Ein Löcheln, Lexi. So, wir haben ja die letzte Zeit ganz schön viel Grusel, Horror, Monstren, Mutationen gespielt. Und aus diesem Grund habe ich gesagt, machen wir heute mal wieder Ghost Recon. Für die Live-Zuschauer, morgen Abend ist Fallout 76. Samstag spielen wir Minecraft Live in the Woodski-Budski und am Sonntag New World'ski. Kann sich aber optional ändern, je nachdem, wie viele Leute denn dabei sind. Da. Da, die Fraktion, die greift ja schon wieder die Leute an, da. Hm. Die machen sich auch gar keinen harten, habe ich gerade festgestellt. Nö, die hauen rrrrrrrr. Die hauen richtig rrrrrr. Ja, und jetzt kommt Verstärkung. Gut, das macht Spaß. Kommst du auch? So. So, ich werde mit Camera reingehen. Hallo, liebe Freunde, da bin ich wieder sichtbar. Mit Camera? Genau. So, Quest haben wir hier nicht mehr groß. Man könnte eine Quest machen, aber die Quest, die wir hier machen, Achim, ich glaube... Guck mal, die haben jetzt die Fraktion fertig gemacht. Da sollten wir mal ein bisschen dazwischen hauen hier. Sollten wir eigentlich unterstützen heißt das. So, und dann werde ich mal meinen Schalldämpfer abnehmen. Da macht er mehr Dumpf, mehr Dunst hier, denn ich sag mal, zu sehen sind wir jetzt ja sowieso. Noch ein Scharfschütze hier. Der Schreihals ist weg. Der Schreihals ist weg. Das hat mir jetzt gereicht, Achim, weißt du. Das ist einer von uns, der mit den grünen Pfeilen da oben. Mit dem grünen Winkel da oben drauf. Und ich nicht noch. Ech, lass uns stürmen. Schau den Auto an, mal gucken. Sie sehen nicht gut aus. Vorrückter Aviation! Johohohohoho! Ich zock das wieder mit dem Controller. Echt? Von der Couch aus? Du bist ja bequem. Schön, easy, smart, Junge. Oh, okay. Das, was golden ist. Das könnte man mitnehmen. Oh. Ah, den hole ich mir da oben. Oh. Da ist rein. Ein Lachs mit, äh... Mit, äh... Schaussschützen. Ein Schaussschützen-Lachs. Ja, scheint sauber zu sein, alles, ne? Dann haben wir aufgeräumt hier. Mein Liga-Mann. So was, ey. Dann fröhliche Sammeln, Freunde. Ich weiß kaum mal wie das geht. Kannst du mal scannen die Lage hier? Äh... Mit einer Drohne oder... Ging das sowas? Ne, du kannst hier maximal gucken auf deiner kleinen, auf dem Kompass, auf der Karte oder auf der großen Karte, ob die irgendwelche Lootkisten hast. Da ist der zu fett hier. Kam jetzt eben nicht durch. Was? Ich glaube, das war mich ohne, wo man das scannen konnte. Ja. Wir sind eben eine Impfung. Warte. Komm zurück Mädel. Gott, alles klar. Alles gut. Erzähl ihm nichts, der veräppelt dich nur, der Typ. Achim und ich, wir müssen nicht mehr so sammelfreundlich sein. Eigentlich nicht mehr. Wir können unterstützend wirken. Oh mein Gott, oh mein Gott, was will uns die Dame damit zum Ausdruck bringen? Was will uns der Dichter damit sagen? Oh mein Gott, oh mein Gott, wir wissen es nicht. Jetzt geht es, siehst du? Ich wusste gleich, woran es lag. Ich wusste gleich, äh. Hallo. Au, äh, Mensch, äh. Oh mein Gott. Hier ist noch irgendwas Helles. Achtung, Gegner. Was? Ach gut, das war eine Maus, Entschuldigung. Ah, siehste. Da hast du ihn aber geirrt, wa? Schön Staubbier. Ich werde mal ein bisschen den Macho raushängen lassen, jetzt gleich. Augenblick, wartet mal, Leute. Hier gibt vorne eine Kiste, eine große. Den Baum getroffen. Schade, der fällt nicht auseinander. Na gut. Da sind noch mal güldende Teile. Ich mein, zu Geld machen kann man die aber nicht, ne? Ja. So. Oh, Waffe. Oh, Waffe gibt's auch? Ja, stimmt. Immer mitnehmen. Sammler. Nimm alles mit, ja. Genau, was ich. Den kann dein Gewicht nicht schleichen musst. Ja. So, ich hab da schon wieder ver-wertet. Bei den Waffen sieht's anders aus. Die werde ich ver- kaufen. Ja. Ver- kaufen. Oh, Waffe. Das ist ja nicht schlecht, ey. Mach die Weltkarte an, haben wir alles? Ja, wir haben alles. Die hat 20 Küsten, aber ist ja auch egal, ne? Wenn dir das zu langweilig ist, wir können ja ganz nach oben rechts gehen. Da ist die Insel, weißt du ja, wo der Vulkan ist. Da ist ein bisschen schärfer. Können wir machen. Da müssen wir noch ganz schön viel machen, ne? Ich seh da noch drei rote Knöpfe, Köpfe. Ja, ich schau mal auf die Karte. Flugverbotszone auch noch. Na, ach da oben bei Orpheus? Was machen Sie hier? Ja, sind wir noch immer in Mother World? Ja, wir sind noch immer in Mother Land, ne? Ja, ja. Da oben haben wir auch noch drei Köpfe. In Papaland. Komm mal da überhaupt rum hoch. Unten haben wir auch noch drei, aber wie gesagt. Da drei, da drei und da drei. Bei drei. Na, wir probieren wir mal. Ich bin da mal hin. Ich reite mal schon mal hin da, so. Digga. Na, wir wollen mal schauen, wo du hinreist. Da reitet doch schon hier. Oh, hier knallt schon. Oh, hast du eine, ein Zelt gefunden. Gut. Dann reiten wir mal da. Da war noch gar nicht schattig. Ja, warte, ich komm. Ja, da ist ein bisschen mehr Wurzel, weißt du. Ja, da stimmt. Da ist das ein bisschen knackiger. Da zählt schon aufgebaut. Können wir ja mal machen, eine ganze Menge. Munition auffüllen. Ja. Da sitzt der Grauhaarige neben mir. Ja. Ha, 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 ha. Kann doch eine Kiste sein. Auch noch. Immer zum Biwak und dann wird deine Munition auffüllen. Genau. Außerdem kannst du hier was verkaufen, nicht? Hier ist der zum Laden. Hier ist der oben Verkaufen. M82 konnte ich verkaufen. Aber die waren nicht so dolle, nicht? Mk17 können wir auch verkaufen. Dann kann man auch Kleidung verkaufen. Ach, da oben ist die. Ja, ja. Ganz oben. Da oben ist die scheißbeste. Ach so. Ach, da, ja. Ja, Mensch, ey. Da hoch, ey. Ist das ein kleiner Garfield da bei dir im Hintergrund? Auf dem Icon? Auf deinem Avatarbild? Ich weiß es gerade gar nicht. Bei Twitch hab's ein, ja. Ah, ha. Da ist mein... Da ist mein Zwerg drauf. Zwerg. So. Jetzt hab's hier alles, glaub ich. Hast du uns gefunden, wo wir sind? Ja, ne. Ich... Ganz oben rechts. In der Insel. Ach, ne, ja. Du meinst bestimmt hier im Spiel das Avatar. Na, das ist der fette Cartman. Aha. Ach, der ist das? Den meine ich. Ja. Ja. So, warte. Wo... Wo... Seid ihr irgendwo ganz rechts, oder was? Wo bin rechts? Ja. Kann ich... Kann ich euch nicht einfach hinterher zeigen? Na klar. Indem du hingehst. Auf die Karte. F. Achso. Muss ich euch erst mal finden, wieder. Jo. Ich winke mal. Hallo. Granaten bauen. Oder kaufen. Aber kosten ja nicht viel. Kannst ja leisten, was. Klar. Ganz oben rechts, oder was? Auf Insel. Vulkan. Warst du da schon? Das macht Laune. Da kriegst du, wenn du aufpasst, heiße Füße. Ja. Die kriegst du wirklich. Das stimmt tatsächlich. Kannst auch gar nicht hin. Na. Was? Doch. Du kannst ja zu uns hin. Na klar. Ja, Biva. Kannst ja immer hin. Aber ich sehe dich noch gar nicht im Team. Wie kommt das? Doch, im Team ist er. Ja. Ach nee. Weil er hier nicht drin ist. Weil er nicht beim Biwak ist. Ach so. Ganz oben rechts auf die Insel. Ganz, ganz oben rechts. Und dann klickst du auf einen von unseren Namen. Da kannst du lange, lange drauf drücken. Weil das Biwak hast du noch nicht. Deswegen kannst du da nicht hin. Aber du kannst auf einen von unseren Namen auf die Pfeile klicken, die wir da sind. Und das hat deinen Vorteil. Dann hast du das Biwak. Genau. Ganz oben rechts. Also die Karte. Ganz, also raus. Ganz oben rechts. Also wenn ich. Sogar Loaf. Äh. Äh. Loaf. Mount. Oder was. Golem Island ist das da oben. Ganz oben rechts. Sogar Loaf. Äh. 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 Golem Island ist das da oben. Da sollst du hin. Und da findest du unsere Namen. Ach die Scheiße da hinten. Wo drei Totenköpfe sind. Da wo drei Totenköpfe sind. Da sollst du hin. Da kannst du auch. Ach die Scheiße. Überlebe ich doch nicht. Doch. Doch. Du bist ja schon Level 19 und Rüstung. Du für 39. Ach Mensch. Komm das macht Laune. Jemals Spaß. Ja na klar. Will ich doch noch auf Fisch verdorben. Das ist total gut. Glaub mir. Ja. Das ist da. Langeweile gibt es hier nicht. Ich. Versprochen. Äh. 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 Passt. Ein Schuss tot. Ein Schuss tot. Hahaha. Nein. 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 Niemals. Frag mal Lexi. Niemals. Ich Wintel Schlüpfer. Ich Mensch. Wenn die älteren Heeren hier sind. Ich will ja keinen Namen sagen. Da kommt es wieder hoch mit. Flugverbotszone. Alles leuchtet hier rot bei mir. Ja. Sollts auch nicht fliegen. Frag aufschlafen. Da ist er ja. Da ist er ja. Da ist er der Basti. Da ist er. Der Cyborg. Na. Du hast ja deinen Tarnmütze auf. Die haben wir noch niemals. Na. Die haben sie noch nie gesehen. Das ist die Schmützchen Schleicher Tarnmütze. Genau die ist das. Achja. Schön. Ja. Da würde ich ja. Ja. Ich brauche ja eh nicht viel machen. Das ist jetzt eh alles äh. Weißt du wie du deinen Rüstungswerte mal schnell aufflockst? Genau. Immer unten drücken. Klick klick. Einfach klick klick. Optimieren. Gar nicht aussuchen. Nur optimieren. Einfach optimieren und Punkt. Ob ne grün, gelb, rot oder goldig. Das ist völlig egal. Kein Rüstungswert oder was oder wie. Du sammelst deine ganzen Rüstungsgegenstände ein. Und dann gehst du unten auf Ausstattung optimieren. Und damit steigt dein Rüstungswert. Da ist ja jetzt schon wieder alles weg. Ja Mensch. Ne L musst du mal drücken. Das kannst du auch während. Jetzt kannst du das auch noch machen. Brückst du L. Also bei dir ist was anderes. Ich. Ich habe nicht da alles. Ja. Das habe ich ja jetzt gemacht. Ja. Sehr schön. Also man muss sich hier nicht haren. Also man kann hier schon ganz locker hier rumlaufen. Und hopsen. Und äh. Jetzt müssen wir bloß sehen was wir jetzt machen wollen. Riechen. Na ja Achim. Wir können. Wir können dürfen. Aber drei Totenkörper ist ein bisschen fett finde ich. Aber wir können es ja probieren. Ich habe hier Aufträge ohne Ende. Ja. Aber muss nicht weiter sein. Ich habe nicht einen Auftrag. Ja. Doch. Ich habe hier auch keine mehr. Also ich bin hier auch mit durch. Bei mir ist ja anders. Ich bin ja hier. Was bin ich hier. Naturschützer. Oder Straßenkleber. Ja. Hat jemand die Würstchen mit? Ich hätte auch gern Würstchen. Ich spiele hier Feldsanitäter. Entschuldigung. Feldsanitäter. Und der hat hier Aufträge. Genau. Kann euch das gerne nochmal sagen. Ich soll hier machen. 40 platt. Und Helipot soll ich da auch welche platt machen. Und in Bauchlade lagern. Ja dann machen wir das. Ja also. Ist relativ. Mach ich sonst mit meinen Freien Kumpels auch. Ja ich mach das auch jeden Tag. Auch jeden Tag. Sowas na. Ja. So. Wir können ja mal eine Drohne fliegen lassen. Zum Beispiel. Dann siehst du mal eine Erkundung. Und wenn du bei der Drohne fliegst. und auf Zoomen machst mit. Bei uns ist es das Einstellrad. Dann siehst du noch viel mehr. Sei weg. Sei weg. Sei weg. Hast du mitgekriegt Basti? Ja wie gesagt Basti. Wenn du irgendwas wissen willst. Fragen. Und wenn du schneller aufsteigen willst. Dann tust du die Gegner anvisieren. Und dann gehst du auch hoch mit deinen Punkten. Wenn du welche siehst. Ich sehe gerade noch Lava. Ach nochmal Lava. Lava Lava Lava. Lava Lava. Ja. Wir können aber hier unten zum anderen Biva greisen. Und da ist dann ein bisschen was Kleines. Das wird er schon schaffen hier unten. Weil hier wird es wahrscheinlich auch ein bisschen klein. Das ist hier oben. Alter. Wir können ja hier auch mal gucken. Gucken müssen wir. Er war ja noch nicht hier. Wollen wir mal die Treppe hoch gehen. Mal gucken. Wir gehen mal hoch. Alles ruhig. Haben sie eigentlich schön gemacht. Die Jungs. Haben sie extra für uns gemacht. Ja. Ja. Genau. Das Problem ist. Du darfst ja nicht abstürzen. Dann hast du ein Problem. Ja. Das ist dann ein Problem. Ein großes Problem. Ich würde sagen. Lava. Lava Lava Lava. Hier ist auch eine Kiste. Ja genau. Auf das geht. Ich verfolge so. Haben sie den eigentlich so hoch gemacht. Den Kran hier. Ich höre hier meine Stimme. Achim. Wir sind beide ineinander gerade. Ne. Du bist schon. Ach ja. Doch. Wo seid ihr jetzt? Oben. In Kran. Die Sau. Guck mal. Da ist ein. Aber. Den kann man erst mal gucken. Ich bin unsichtbar. Mich sieht keiner. Nein. Das ist manchmal ein Vorteil. Ja. Gerade hier. Wurde ich sagen. Oben sehen wir was. Da müsste man hier rüber hopsen. Einfach tapfer sein. Basti. Ja. Bist du hinter uns? Wo bist du? Ja. Ich bin auf dem Weg. Ich bin da irgendwann da. Keine Ahnung wann. Wir wollen. Naja. Nicht, dass du da laufen tust. Ne. Wir warten mal hier. Ja. Wir warten hier oben. Wir sind nämlich hier die Bauabnehmer hier. Okay. Ja. Na Achim. Wir sind hier die Bauingenieure deswegen. Wir sind die Bauingenieure. Genau. Ob das so alles hat und Fuß hat. Ja genau. Die Tantleitung ist gut von dir. Die sieht man gar nichts. Nö. Mich siehst du ja auch, wa? Siehst du mich stehen hier? Nö. Ich? Ja. Hab dich gesehen ja. Haben jetzt hier noch irgendwas großes oder? Nö. Eigentlich nicht. Nur die kleinen. Hier kommen nur kleine Sachen. Hier ist alles niedlich. Ja. Hier ist alles niedlich. Ja. Nein. Du brauchst ja bald ne Maske, weil da fernst du schlechte Luft hier. Schuss gehört. Ja. Ja schön wie ihr alle getan seid. Und wir ducken uns nur. Ja. Oh, das war gut eben. Der war gut. Ja, der war, der war nicht schlecht. Ah, der war ein bisschen zu. Ja. Mal gucken, ob ich meinen Dämpfer drauf dran habe. Tja. Ich denke jetzt ist es heißer. Ja. Das war gut. Ja. Ja. die schneidbar stärker sind die schon da muss man schon ein bisschen geht mal kurz zurück ja genau so nicht so nicht scharfschütze weg macht doch spaß hier ist noch eine kiste hast du gesehen wo ich bin hier drin in den container der hat für mich natürlich weil es immer unterschiedlich ist wieder den goldenen bämpel ist egal die kannst du einfach wenn unten drückt automatisch kann die besser sein die eine goldige war nicht besser jetzt leuchtet noch weiß die mit einer platz machen aber ich muss hier hochkrabbeln langsam was sind das für würfel mit irgendwelchen paketen drin da sind solche würfel was ist das habe ich getroffen entschuldigung würfel moment du musst mal hierher kommen hier kannst du direkt runter gucken da ist die lava das sieht sehr schön aus ein bisschen lava 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 hier ist doch irgendein schütze noch ja wir können ja mal eine drohne fliegen lassen wa? ich werde das mal machen soll da nicht verkehrt sein hier oben noch einer hat sich versteckt hier oder so soll noch Raketenschütze da irgendwo ja ja der ist da wo ist denn der aaaaaaah der ist weg Doppelschuss, hast du gesehen das war auch gut so Ari oh ja getarnten da unten habe ich gesehen nice wo ist denn unser cyborg cyborg geht's dir gut? ja ich komme gerade in die lava du willst jetzt in der lava runter hin lieber nicht nee ich habe nur geguckt sieht wirklich gut aus hier aber es ist schön gemacht wa? also man könnte ja hier zuhause sein ja hier ist aber warm guck mal man kann hier schön nach oben laufen hier ist schön ist immer schönes wetter meinst du diese würfel hier die hier stehen die schwarzen ja die säulen was sie die sind für pvp ne hier die hier hinten ne hier die hier hinten da ist einer da ist einer oh jetzt ist du es da wa? ne ne die lampe verschossen ausgeschossen sonst möchte ich mal wissen wer das war na na das so ein paket halt drüber über den ähm komischen zeugen hier ist halt kids ansonsten wir können hier runter hopsen dann können wir hier hinten runter ach ne das wäre ne dings ist ja hier siehst du kannst hier runter hopsen hier ja jawoll ja ein paar spinner sind hier noch sind noch ein paar feinde unterwegs hier von den fanatikern hier ist eine kiste unten was ich jetzt habe ich sie aus habe ich ihn auf ihnen ist clinics sind port kommt dem steht immer Ja, es gab eine Waffe bei mir auch. Perfekt. Oh. Perfekt. Perfekt. Oh je, oh je. Sehr gut. Auch schöne Bilder angemacht. Guck mal, die technische Anleitung hier. Ja, hab ich gescreenshottet, weil ich das sehr hübsch fand auch. Jo. Oh nein. Ich kann sie überqueren, aber man fällt denn da irgendwo hin, obwohl du nicht hin willst. Geht da hinten noch eine Treppe hoch? Ich kann noch überqueren, guck. Ich tu mal hier. Hier geht nicht. Hier sollst du nicht lang gehen. Nein, 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 nein. Ach, hier gehts lang, hier ist Fledermausland. Aber hier gehts lang, ne? Hier ist auch noch irgendwas zum Sammeln. Das sind Schmetterlinge. Das sind Schmetterlinge. Was? Okay. Oh, Bauplan. Das ist gut. Das ist gut. Ja, mit. Das habe ich, falls einer will. Oh, die Karte ist schon wieder zu Ende.